Liebe FCS-Fans, ich schicke euch Weihnachtsgrüße aus London, wünsche euch und euren Familien ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns 2024 wieder im Park. Wir wünschen euch eine schöne Zeit mit euren Freunden und Familien und freuen uns schon auf ein neues Jahr mit eurer Unterstützung. Hallo liebe FCS-Familie, ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende und wollte euch auf diesem Wege ein wundervolles Weihnachtsfest mit euren liebsten wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr und im neuen Jahr greifen wir natürlich an. Warum? Weil wir der FCS sind. Liebe FCS-Fans, wir, die FC-Frauen, wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr sowie viel Gesundheit und darauf, dass wir im nächsten Jahr noch viele gemeinsame Erfolge feiern können. Ich wünsche euch, liebe FCS-Fans, ich wünsche euch ein frohes Fest und ein paar schöne Tage mit der Familie, viel Essen, viel Trinken, so dass wir ab dem nächsten Jahr wieder angreifen können. Liebe FCS-Fans, ich wünsche euch frohe Feiertage, genießt die Zeit mit euren Liebsten, mit euren Familien, Freunden und wünsche euch natürlich auch noch einen guten Rutsch. Schnauft alle mal durch. Es war eine sehr anstrengende Halbssaison, ich denke auch für euch. Und ja, jetzt heißt es Kraft tanken und dann gehen wir mit voller Energie wieder in die Rückrunde. Ich freue mich wieder auf euch, auf den Ludwigspark, auf die magischen Momente und jawohl, haltet alle die Ohren steif, bleibt gesund und wir sehen uns. Liebe FCS-Fans, wir wünschen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.